Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, heute wieder am Sonntag mit einigen geilen News, denn We Love MMA geht wieder los, die ersten Events für den Oktober stehen und die ersten Kämpfe ebenfalls plus UFC Fight Night Review, viel Spaß dabei. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes, ja Leute. Leute, wer We Love MMA bei Instagram folgt, der hat es bereits mitbekommen, ab dem 2. Oktober geht es los mit Kämpfen live vor Ort in Nürnberg, findet das erste Event statt und natürlich muss man dazu sagen, dass die Zeit zwar bis dahin noch ein bisschen ist, noch knapp über zwei Monate, aber Leute, die Zeit verfliegt auch mega schnell, das denke ich mir jedes Mal, wenn ein UFC Pay Per View ansteht, denke ich mir, okay, warte mal, gefühlt vorgestern war doch erst wieder ein Pay Per View. Am 2. Oktober geht es los, wir haben dort ein paar spannende Fights, die angekündigt worden sind, Mario Wittmann, den kennen einige, zum Beispiel von der RTL Show Temptation Island, auch ein wirklich guter Fighter, ein wirklich guter Typ auch, da kommt noch ein spannendes neues Format mit ihm, wird auf Nils Wernersbach treffen, Fist of Buddha, vor viereinhalb Jahren hat er bei We Love MMA gekämpft, kehrt jetzt eben wieder hier in den Käfig zurück, das Ganze ebenfalls am 2. Oktober in Nürnberg. Dann haben wir ebenfalls Manuel Sprau gegen Max Graf, wir haben Dominic Wetech gegen Chris Wilson, wir haben Jonathan Berns gegen Chakda Sengül und Yunus Emre Cengiz gegen Madi Sadeqi. Das sind wirklich spannende Kämpfe, die uns da erwarten und im Oktober geht es direkt weiter, denn wir haben im Oktober gleich drei Events. Wir haben im Oktober noch am 16. Oktober We Love MMA in Saarbrücken und am 30. Oktober geht es in die Barclay Card Arena nach Hamburg, die Barclay Card Arena werden einige kennen, da war auch zum Beispiel die UFC das letzte Mal in Deutschland zu Besuch. Das letzte Mal UFC in Deutschland war auch Barclay Card Arena in Hamburg. Ja, freuen wir uns drauf, bald geht es wieder los, ich kann es kaum erwarten und ich hoffe, ihr auch nicht. Dann haben wir ebenfalls die UFC Fight Night, heute Nacht gehabt, TJ Dillashaw gegen Corey St. Hagen im Main Event. Leute, wirklich ein geiler Fight, super geil, Takedowns mit Punches, mit Schlägen, Knockdowns, alles. Und eine brutale Präzision von Corey St. Hagen bei seinem Flying Knee, also das hat mich wirklich überrascht und ich dachte hier tatsächlich, dass Corey St. Hagen diesen Kampf gewonnen hatte. Klar, relativ inaktiv in diesem Fight, aber effektiver, schaut euch an, diese Platzwunde von Dillashaw, brutal, wirklich, also schöne Dinger von Corey St. Hagen und auch von Dillashaw. Mal gucken, wie es weitergeht, Cody Garbrandt will jetzt den Rückkampf mit TJ Dillashaw, aber Leute, natürlich wird er den nicht bekommen. Dillashaw bekommt wahrscheinlich den Sieger aus Pjordajan gegen Elgermain Sterling. Pjordajan gegen Elgermain Sterling findet im Oktober statt, am 30. Oktober, eigentlich die UFC 267, die UFC nennt es aber nicht so, warum auch immer. Im Main Event gibt es dort dann Blachowicz gegen Teixeira und ja, also Cody Garbrandt, der in seinen letzten fünf Kämpfen nur einen Sieg hat, der wird hier nicht gegen Dillashaw kämpfen. Dillashaw hat gezeigt, dass er immer noch auf Top-Niveau ist, aber es war ein wirklich knappes Ding, Split-Decisions sind nie eindeutig und deshalb sind wir mal weiterhin gespannt. Dann war es das mit dieser Episode, folgt Will of MMA auf Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!